Ja, hi Leute, Mr. Semtex hier und herzlich willkommen zum nächsten Part von Assassin's Creed Nummer 3. Wir sind gerade auf dem Weg, ein paar Bieber unseren scheiß Tomok in den Arsch zu drücken. Nein, eigentlich nicht. Was hat sie gerade angeboten? So, wir sind auf dem Weg nach New York, New York, du wunderschöne Stadt. Zeig mir, was du so zu bieten hast, außer Nutten. So, ach ja, wir können ja schnell reisen bestimmt wieder. Falscher Winkelpunkt. Nicht Jagdkarte. Grenzladen bestätigen. Ich bin Conor! Eigentlich nicht, ich bin der Run-A-Gehl-Gun-Gun-Gun-Gun-Gun-Gun-Gun-Gun-Gun-Gun. Ich bin der Run-A-Gehl-Gun-Gun. So. Mich würde interessieren, ob ich hier noch etwas anderes machen kann, außer so blöd durch die Gegenzugrennen. Irgendwie lutscht das richtig schwanz. Muss man jetzt echt sagen. Oh, hab ich hier getanzt? Oh. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Bonnie? Bonnie! Bonnie! Du verficktes Höllenvieh! Sieht so jedes Mal anders aus. Bonnie, Bonnie, Bonnie! Aber vielleicht kann ich doch wieder schnell hinreißen? Aaaah! Was kann ich hier machen? Abenteurer, interaktives Gespräch, Taverne, Feder, Aussichtspunkt, Jagdgesellschaft, Aussichtspunkte, Truhen, New York. Auf geht's nach New York. Ja, ich möchte nach New York. Ich möchte, ich will, ich will. Lass mich nach New York. Neff York. Guck mal. Ich sehe dich. Ich finde so cool. Ich finde so cool. Ja, ja, ja. Gib mir den Bullishake with the Harlem Shake. Komm schon, Baby. Ja, 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 ja. Oh, jetzt kommt anscheinend eine Videosequenz. Das lädt wieder so lange. Heißt für mich, ich kann einen Schluck trinken. Mensch, voll lange Videosequenz. Boah. Ich kann mal die Flasche wegstellen. Ja. Ach, ich bin so gut. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassinen. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Sieht schön aus. Gefällt mir, echt. Hier könnte ich mir vorstellen, zu wohnen. Vor allem auch mit der Zeit. Man darf seine Frau schlagen. Alles ist neu. Man darf Indianerfrauen vergewaltigen und so. Schweine laufen auf der Straße rum. Das heißt, Bacon-Transport ist gesichert. Klingt cool. Da stöhnen die mich schon an. und springen unter mein Pferd. Was kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz einer Organisation. Und wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antworten. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber... Ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Das ist die ganze Leute nicht rein, dass hier ein Pferd kommt, ne? einfach drüber geritten. Alter, ist diese Stadt verseucht mit Wachen. Ist ja krass. Ich weiß mich, den Luxus von Boston noch einmal zu schätzen. Ach, hiesig. Riesige lange Straße. Mein Gott. Es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld. Nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! So, ich verfolge mal den Geldfälscher hier. Hast du noch einen Stapel für mich, mein Freund? Darf ich ihn umbringen? Ach, der darf mich nicht sehen. Nee, schließe ich mir sehen. Okay, schade. Geldfälscher verfolgen. Chance Nummer 2. Ich muss mich hier zwischen die Dolle stellen. Und zwar, sollen das Abwassersystem und die Dämme verbessert werden. In aller Bescheidenheit, wir Holländer verstehen was von Wasser. Voll unter dem Tisch. Dieser Milch-Bubi? So ein Jammerlack. Wer hat doch damit den Lohn dafür frei. Der muss nie auch für einen einzigen Kennen machen. Sonst hier. So, hier muss ich die Uni-Gruppe rein. Ach, achso, ich soll die einfach prügeln lassen. Dann lasse ich dich nicht mehr einfach verprügeln. Lass ich dich nächstes Mal einfach verkloppen, ist mir auch egal. Kümmer ich mich nicht mehr drum. Ich wollte die Wache vom Arsch halten. Aber gut, dann eben nicht. Lauf weiter. So, jetzt prügelt er sich wieder. Der alte Schweine-Priester. So. So, von mir soll ich den ganzen Tag machen, ist mir egal. Dann weiter wieder zurück. So, Alter, widerlicher Runde-Priester, ja. Genau, vielleicht schläft eigentlich. Das ist eine, und ich höre zu zahlen. So, wir bleiben auf den Fersen. 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 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. Oh Gott. ich kritisieren Oh, Mann. Ja, wo hätte ich denn hin sollen? Wenn ich weggehe, werde ich desynchronisiert, weil ich aus der Reichweite bin. Wenn ich da stehen bleibe, werde ich desynchronisiert, weil er mich entdeckt. Ich komme, ich habe auch nirgendwo versteckt. Mann, ey. So ein Level hasse ich ja wieder, ne? So ein Level hasse ich wie die Pest. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Heute machen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen dem Wach? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich pass ich auf auf und halte Abstand. Ich muss nicht durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Wir werden uns bestimmt wie Könige beheimen. Eine Bande Unruhestifter macht die Pferde scheu, weil ihm jemand Flausen in den Kopf gesetzt hat. Wir machen jetzt guten Männern alles. Gute Männer? Gute Männer? Piss euch weg, ihr Scheißkinder. Okay, jetzt schauen sie wieder um. Okay, es hat schon mal geklappt. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht? Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Oh, Thomas Hickey ist jetzt schon über den Weg. Ist das schon mal? Gut. Noch einer! Pack den! Ich darf es wieder anrempeln und schützen, wie ich möchte. Hab ich ihn. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr. Mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt. Warte, noch ein kleiner Streitofficer. Bist dich, Grimminer, wenn... Zwei Männer, ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Stell! Aufgrund welcher Tat? Falsch, Münzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Ja, nächstes Mal gleich ein Messer ins Gesicht drücken. Oh, meine Klamotten sind weg. Hast du mich vermisst, Süßer? Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber... Ich glaube, ich werde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja. Er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Charles. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams kleiner Schoßhund. Ich habe da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus. Wegen Benjamin Talmich. Er zerreißt sich das Maul. Erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plapper-Maul. Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Oh. Das war nice. Charles, nächster Arschloch. Ein Arschi, Arschi, Arschloch. Ah. Ich bin wieder. So. Steh doch mal auf, Junge. Ich sag's dir. Er wird von dir fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja? Und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein. Messer kämpft nicht. Der lügt und betrübt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch. So übel ist er nicht. Wachte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine Alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auch für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kern. Und den übernächsten. Halt bloß deinen Maul, sonst stopfe ich's dir. Räck dich ab. War nur ein Witz. Ja? Kann ich aber nicht drüber lachen. Was kann ich dir sagen? Schlafen gehen. Harte, herdest du nicht überhaupt? Gut, meine lieben Freunde. Dann gehe ich jetzt schlafen. Und würde sagen, im nächsten Part brechen wir mich hier aus dem Knast aus. Ganz gechillt. Und schauen dann mal, was uns so der nächste Part offen hält. Wenn wir hier wieder frei sind und mal ein paar schöne Zimpler-Ersche treten können. Ich würde mal sagen, meine lieben Freunde. Bis denn. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschönen Lü. Euer Mr. Semtex. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.